hallo einen wunderschönen wünsche ich euch allen was habe ich denn jetzt hier okay alles gut alles geladen einen wunderschönen donnerstagabend wir haben doch donnerstag ne schön ja ich freue mich ich freue mich ich habe übrigens heute eine happy birthday krone auf mein mann hat ballons aufgeblasen mit 40 man sieht überhaupt nicht wie alt ich werde hier hinten auch noch mal ein teller hier auch noch mal ein teller also ich habe hier auch zwei döschen kann ich heute köpfen das hier hat mein mann mir geschenkt ein paar jelly beans keine ekelbohnen ganz normale ganz normale ich hoffe das mikro ist soweit in ordnung weil wenn ich das andere mikrofon heute anschließend hakt der stream deshalb lasse ich es jetzt mit der webcam hier das ist sushi aber ohne fisch ich esse immer nur mit gurke ich sag euch lecker so dann habe ich von meinem mann noch bekommen dieses hier eine lichtbar das sind zwei solche lampen und die stehen jetzt gerade links und rechts von meinem laptop damit habe ich heute nachts stranger things geguckt die vierte staffel ich sag euch die staffel ist der ist der burner wer von euch stranger things noch nicht kennt geht mal auf netflix guckt euch daran lohnt sich machen wir das hier weiter und zwar habe ich hier leuchtsteine und erbi steine eingebaut ich weiß nicht ob man das erkennt doch erkennt man im dunkeln leuchtet alles was weiß und blau ist ich habe blaue und weiße steine ersetzt das wird cinderella schinderella 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 legen wir erstmal zur seite und jetzt packen wir mal zusammen mal aus tempos am start ja die tempos sind nicht am start ich wollte einfach in meinen pullover rein so ein center schock für die doro lange mehr gegessen das ding lecker ich muss vertrinken und er war sauer wo ich muss das auch wegkriegen moment hätte ich nicht machen sollen bei der wheelie kam so ein beutelchen im karton an das habe ich einfach mal zugelassen ich weiß nicht was da drin steckt aber scheint mehreres zu sein herzlichen glückwunsch deinen runden geburtstag bleibst du wie du bist du bist genau richtig ich pack jetzt aber nur eine sache erstmal daraus weil sonst habe ich ja in der viertelstunde schon alles ausgepackt ist ja langweilig an was für projekten seid ihr denn im moment dran im diamond painting bereich erzählt doch mal ich wurde übrigens auch gewarnt von der nadine kömmelt dass ich mich morgen beim auspacken hinsetzen soll ich habe keine ahnung aber okay dachte ich mir so wie kriege ich jetzt den beutel auf ohne den kaputt zu machen ich packe aus so augen zu ich hole jetzt einfach irgendwas raus was pack ich denn als erstes da raus moment ich will nicht direkt da sind ja ja da sind mehrere sachen drin was pack ich denn als erstes aus ich nehme dieses hier moment oh okay ich sehe schon ja mein keks essender baby yoda guck mal ich liebe baby yoda unfassbar unfassbar ich habe schon so viel von baby yoda hier hinten im regal sieht man jetzt gerade nicht weil die ballons davor sind sorry für das laute gequietsch ich hoffe ihr habt jetzt kein hörschaden ist der süß grogo mit keksen och ne wie süß guck mal der hat sogar hier krümmel am kinn was für details guck mal wie süß boah willy wie niedlich den muss ich mir so grogo ist grogo ist grogo ist das willy du hast den so süß oh der ist so süß da seht ihr den nochmal richtig den hatte ich nämlich noch nicht ich habe davon einige noch nicht meine sammlung wird größer wisst ihr was ich hole mir jetzt mal mein sekt hier hin den darf ich heute trinken ja kann mir keiner was ne ich habe mir auch mit absicht heute keine pinnekes hier hingestellt weil ich letztes jahr nachdem ich so viele pinneken trinken musste ich habe ja gegen bits getrunken letztes jahr und danach ging es mir wirklich nicht gut deshalb habe ich es dieses jahr auch jetzt sein lassen ähm ich muss nicht gegen bits irgendwie was saufen und hier fast von der couch fallen tut nicht not äh dafür bin ich zu alt und ich den nur aufkriegen ah moment so wer möchte kann jetzt mit anstoßen wenn nicht dann nicht übrigens wie ihr gemerkt habt ich habe kürzere Haare ich hatte die ich hatte letztes jahr hatte ich die noch doppelt so lange ich glaube mein mann holt sich jetzt auch gerade sekt holt euch sekt ich warte jetzt noch ein paar sekündchen prost ihr süßen pröster kind moment mein mann möchte glaube ich auch anstoßen hallo ach heute darf ich dann so ich stelle die dose aber jetzt mal kurz nochmal ab ja weil ich müsste ich muss ja nicht auf ex trinken dafür sind wir ja nicht da und ähm hat es denn geschmeckt für alle die mit angestoßen haben hat es denn geschmeckt meine haare sind so dünn ne die sind so äh so ähm willie wann soll ich das nächste paket auspacken von dir also das nächste aus dem sack holen übrigens wenn ihr was von pokemon gewinnen möchtet auf youtube die verlosung geht noch bis sonntagabend 19 uhr sind nur noch zwei kleine ist egal ob es klein oder groß ist hallöchen nicole hallo so ich hole nochmal das beutelchen und dann äh hole ich erstmal das kleinere sie hat den schutzengel geholt oh guck mal den hatte ich auf meine liste gesetzt weil ich so auf auf diese nikki tierchen stehe und dieser schutzengel den fand ich so schön oh warte mal den muss ich auspacken auspacken ich habe einen schutzengel oh meinte den muss ich mal abschneiden Moment äh 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 für den engel äh was ein Kampf Hallo Diana Dankeschön ich muss mal kurz hier verkraften was ich hier gerade kriege Moment äh äh Au haa fast den Finger geschnitten ne hab mir den Finger geschnitten aber blutet jetzt nicht so Schatz hast ein kleines Pflaster ich hab mir die kleine Macke gehauen Dankeschön dass du mir den geholt hast ja der ist schön weich vor allen Dingen ne der ist richtig flauschig kommts mal ich hab mir nur eine kleine Macke gehauen also ich blute jetzt nicht wie Hulle also hier ist schau mal her für kleine Macke gibt es kleine Pflaster ich hab mir voll da reingeschnurr du brauchst wirklich einen Schutzengel ja ich bin manchmal ein bisschen dusselig ich bin und kannst du mir den orangenen Umschlag geben da hat die hier die Zettel drin wo was draufsteht hm ich hatte die ja weggepackt damit ich nicht sehe was ich kriege ja so die war der Umschlag ist ja komplett immer an der Seite gewesen damit ich nicht weiß was ich kriege ja da Pflaster Pflaster voll reingeschnitten gut dass das keine scharfe Schere ist oh oh hab ich Küsschen gekriegt Umschlag 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 der hier ja bitteschön da sind die Zettel drin den Umschlag hatte ich nämlich die ganze Zeit beiseite so dann ist da jetzt noch eine Sache drin ne eine Sache ist da noch drin und dann habe ich hier noch ein großes Paket stehen vom Dino da muss ich noch ein bisschen warten weil der ist noch nicht da ich möchte dass er mit dabei ist also Schutzengel äh hat mich beschützt Pflaster habe ich jetzt auch schon drauf habe ich schon verletzt hier unfassbar äh ok also really bestimmt wieder wann ich das nächste raus hole können jetzt auch gerne ähm irgendwas machen ich eben ja das letzte hebt noch ein bisschen auf ok dann hebe ich das letzte noch ein bisschen ich lasse aber den Engel bei mir liegen da ist aber was großes drin ne ich weiß nicht was drin ist also ich bin jetzt schon echt gespannt haha was wollte ich noch sagen Thema Youtube ähm ich habe viel überlegt wie es auf Youtube weiter geht ich habe viel überlegt wie es hier weiter geht ich werde Twitch auf jeden Fall beibehalten ich werde auf Twitch auch bald wieder ein bisschen mehr streamen wenn mein Körper es wieder mitmacht ich habe momentan ja öfter mal Problemchen wo ich dann sage ok Schmerzmittel und dann ab in der Haie ähm Youtube wird bald wieder daraus bestehen dass ich Tipps und Tricks zeige dass ich äh Shops teste werde ich jetzt wieder Tipps und Tricks machen so wie vor drei Jahren auch ich werde Paint with Me's ja ich habe gemerkt ihr wollt zwar Paint with Me's aber die werden sehr sehr wenig geguckt trotzdem mache ich sie haha gut ähm ich werde auch verschiedene kleine Shops testen ohne irgendwie Promotion dafür zu machen oder sonst was ich werde einfach nur da selber einkaufen ich werde die Sachen zeigen weil wenn ich Promotion dafür mache für diese kleinen Etsy Shops und denen sage ich möchte hier für euch Promotion machen dann äh wird dann extra immer das gute Zeug geschickt und wenn ich als normaler Kunde kaufe kriege ich das was auch ihr kriegt und genau das möchte ich euch dann zeigen ja also ich möchte es ein bisschen auch für Anfänger wieder interessant machen nicht nur für für die alteingesessenen ich schaue von dir alles auf ja ich kenne so viele von euch äh die ganz ganz lange schon dabei sind ganz lange seid ihr schon auf meinem Kanal dabei ist Wahnsinn sind jetzt schon drei Jahre ja in zwei Tagen bin ich schon drei Jahre auf YouTube mit Diamond Painting oh überlegt mal drei Jahre krach bin eine von den alten Hasen mit Diamond Painting auf YouTube ich glaube äh die die noch damals dabei waren waren ähm die Katrin die Nadine also die Nadine äh von Diamond Painting Deutschland ne und Janine X war damals auch dabei so eine der ersten mit mir ja und jetzt sind so so viele jetzt sind so so viele krach überlegt mal auf TikTok du brauchst bei TikTok brauchst du nur Diamond Painting eingeben da kriegst du Kanal nach Kanal nach Kanal und die haben alle schon zehntausend Abonnenten oder so ich weiß nicht wie die was schaffen also ne sehr interessant ihr müsst wissen die Sachen die ich jetzt hier auspacke waren auf meiner Amazon Mischlist ich habe einfach mal wild irgendwas drauf geklatscht äh ein paar Sachen hat mein Mann gekauft ein paar meine Familie seit 2019 mache ich Diamond Painting davor habe ich Vlogs gemacht die habe ich aber gelöscht 2019 am 4. Juni war glaube ich das erste Video ich bin mir jetzt gerade nicht sicher Juni, Juli sind jetzt drei Jahre oh der Schutzengel ist so schön der ist echt schön der ist so flauschig Wheelie den musst du dir auch noch holen den musst du dir auch noch holen der ist echt echt richtig weich cool den will ich auch haben den Baby Yoda oder den Sekt ach den Yoda willst du nicht die Dose Nicole ok ne kriegst du nicht ist meiner mit der Dose hätte ich nur mit mir reden lassen aber den Yoda kriegst du nicht ne ich will kein Glas ich mach heute auch ganz auf Asozial so okay glas also Gläser werden überbewertet hab da nicht gehört so wir packen das das letzte von der Rosa aus äh von der von der von der von der Rosa habe ich gekriegt zwei Beutel von dem Material was ich immer brauche um meine Sachen zu gießen super super toll ich hab das ich hab davon immer noch was da und ich hab davon zum Beispiel das hier gegossen schön mit Gold man sieht diesen Goldschimmer gar nicht mein Mann stand jetzt hier mit einem Happy Birthday Haarreif in der Tür so das ist für meine Reststeinchen oder für Wachs du siehst aus wie eine kleine Prinzessin ja so süß äh danke an die Umwelt im Glas muss man spülen genau denk an die Umwelt Gläser muss man spülen Schatz und die Dose kann man wieder verwenden beziehungsweise die ist ja Pfand ne aber ich trinke die Dose ja heute nicht aus also wird dauern bis die leer ist ach ja und diese Stiftehalter wie was ist denn da jetzt drin ne Carrera Bahn ich trau mich nicht ich trau mich nicht auszupacken verdammte Axt komm wir machen mal ein bisschen Partylicht wo ist sie denn Partylicht uuuuuh 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 Batty Batty so seht ihr das Licht ja ne oh Disco Disco ha 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 nein ich mach jetzt wieder normales Licht ich mach normales Licht ich mach normales Licht ist erstmal besser so ich packe aus ich gucke noch nicht ich pack den Beutel weg bei drei eins zwei hä hä der Regenbogen auspacken 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 der Regenbogen ihr wisst was mir Regenbogen bedeuten brauche ich nicht zu erwähnen habe ich schon in meinen Videos oft genug erwähnt Regenbogen das sind toll so jetzt muss ich mal gucken ich bin heute total argh bin total dumm in den Auspacken heute ah jetzt gehts Frau Willi bist du verrückt der Baby Yoda der Schutzengel und der Regenbogen das ist doch hast du da viel zu viel Geld mit mir für mich ausgegeben ich tritt dir in den Arsch aber wenn ich den jetzt sehe warte mal Taschentücher liegen bereit Moment schön Willi ich könnte dich knutschen ja hast du geschafft scheiße hast du geschafft Dankeschön das ist gemein Willi ich hasse dich darauf äh schön vielen lieben Dank ja ich habe mich noch zusammen gerissen Dankeschön ja ne das ist gemein das hast du mit Absicht gemacht du weißt genau wie ich darauf reagiere grad bei den Geschenken wollte ich es nicht sorry bei welchen Geschenken hast du gedacht ich heute bei dem Schutzengel der war nah dran ja oh schön guck mal und die beiden Sachen zusammen so so schön vielen lieben Dank Willi boah ist der toll der ist richtig toll ich mach mal hier das Licht aus sieht man das besser guckt euch den mal an ist der nicht geil der ist richtig schön Dankeschön vielen lieben wahnsinnig toll wahnsinnig toll Dankeschön und ich habe noch gedacht so nein ich heule nicht ist ja ist ist ja nur ist ja nur ne ja vor wegen nur schön der war gemein ja aber schön richtig schön jetzt fehlen mir die Worte ich mach mal wieder Licht an so danke so wo packe ich den jetzt hin ich habe ja so viel rumliegen aber gut man kann den mit Batterien benutzen finde ich total toll und man kann den mit USB benutzen ähm ja also liebe Willi vielen lieben Dank für die Sachen ich freue mich der hier kommt gleich ins Regal zu meinen anderen Jodas ja und die Lampe da werde ich einen schönen Ort für finden ich habe ja schon ein bisschen umgestellt der Rest muss noch gemacht werden mich kickt es ständig aus der Leitung ach du je das ist schade kannst du mir hoffentlich bei den ja ich hoffe ich habe das 9 Euro Ticket gekauft mal gucken ob ich damit weit komme so die ist echt richtig toll die ist richtig schön oh gefällt mir gut wo tue ich die denn hin jetzt mein Mann denkt sich auch boah so viele Lampen hat die Frau wo packt die die jetzt alle hin ich pack die so lange erstmal in die Packung damit die nicht kaputt geht die Wolke sehr schön die sieht im Real viel schöner aus als auf den Bildern ehrlich Wahnsinn ich freue mich Dankeschön Wahnsinn ja packe ich jetzt erstmal beiseite wenn ihr sowas sucht auf Amazon gibt es die ne die war auf meiner Wishlist die gibt es auf Amazon ich weiß den Preis nicht mehr gar nicht mehr weil ich habe das in meiner Liste ja nicht mehr drin aber war glaube ich in verschiedenen Mustern ja genau die kriegt man in Alienmuster ein Horn und ich fand den Regenbogen halt so so schön Dankeschön ich freue mich wirklich ich freue mich echt ich habe mir diese Hausschuhe gegönnt sind die nicht schick in Größe 35 warte mal so sieht man die besser genau ja der Plüsch musste ich wegschneiden weil ich sonst hier drin gar keinen Platz gehabt hätte ich habe ja so geschwollene Füße durch die Sakuidose und das Fell musste ich raus machen da war eh viel zu warm also das war nix aber ohne das Fell sind die sau bequem richtig richtig hübsch ist mir egal ob man die Reste sieht Schatz lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe ja so ihr Lieben was treiben wir denn jetzt? soll ich so lange bis Dino kommt mal ein bisschen painten wäre eine Möglichkeit da können wir ein bisschen quatschen ha ha haben wir lange nicht mehr gemacht ja ich habe übrigens ihr wisst ja dass ich letztens ausgepackt habe hier diese Mappe ne die habe ich voll gemacht äh die sind schnell voll die Dinger ich habe davon aber noch eine ha ich habe glaube ich jetzt insgesamt drei Stück drei Stück ich stecke ein bisschen dazu mach das mach das mach es dir gemütlich Wheelie und vielen lieben Dank nochmal für für die die Lampe ist ja richtig toll und der Yoda hast du toll ausgesucht ist nicht selbstverständlich dass sie mir da was von der Wishlist kauft ne also vielen lieben Dank und an alle die hier sind ist auch nicht selbstverständlich vielen Dank dass ihr hier seid ich könnte euch so knutschen alle Mann ich habe euch Liebe vielen lieben Dank dass es euch gibt so 23 Zuschauer ich freue mich über jeden einzelnen es ist heute jeder willkommen Hauptsache es ist friedlich so dann tue ich mal eben den die Fernbedienung hier weg wir nutzen heute diesen Stift den roten Übrigens wenn wenn ihr euch fragt was das ist das ist eine Blend Bürste eigentlich zum Verblenden von Farben man kann sie auch als Makeup Bürste nehmen die ist wie so eine Baby Bürste so richtig flauschig und damit mache ich immer sauber weil die schön weich sind was ja vielen lieben Dank und danke für deinen Sub einen Monat Sub auf Stufe 1 ja ich war ja so lange nicht mehr online vielen lieben Dank ich weiß zwar nicht warum der Alert hier nicht ging ging der Alert? habe ich den verpasst? irgendwie komisch Moment der Alert müsste eigentlich gegangen sein du hast ihn gehört ich habe ihn aber nicht gesehen ich bin blind ist ja egal so ist ja egal ah really ja genau ihr könnt die Sounds abspielen tobt euch aus wir painten jetzt und zwar ersetze ich ja diese blauen Steine und die weißen Steine auch nur kurz ja Hauptsache Hauptsache ein Ton kam ist ja okay vielen lieben Dank vielen lieben Dank jeder Sub ist ist mir viel wert ja so wir haben hier die AB Steinchen einsortiert aber ich muss wirklich sagen wenn man da volle Beutel rein tut wird das Ding sehr schnell voll und prall aber die Mappe ist echt nicht schlecht die ist wirklich nicht schlecht ich habe ja so viele AB Farben ich habe ja noch so so viele übrig die noch einsortiert werden aber dafür nehme ich noch eine zweite Mappe ja so wir brauchen diese hier Leuchtsteinsche und wir brauchen die anderen weißen Leuchtsteine sind in großen Beutel ja ja so wo haben wir denn die leuchtende weiße Farbe davon habe ich ja ganz wenig ich sag mal so ich sag mal nix Moment ich hole mal meinen Koffer ich habe ein paar Farben so also Leuchtsteine habe ich ein paar ach das liegt ja da ach das liegt ja da ich bin heute ich bin heute zu nix zu gebrauchen Jungs und Mädels so dann habe ich hier eine neue Wolke im Bibi blau sehr vorsichtig ja deshalb benutze ich auch extra nicht das scharfe Messer sondern den Stift der ist besser dafür die Wolke ist allerdings sehr klein da passt höchstens dann irgendwie der Stift drauf oder halt das Zubehör wie die Pinzette tada oh guck mal wie gut die sich da drin legen die legen sich richtig gut in die Reihen das gefällt mir gut oh das gefällt mir sehr gut hohoho ich habe viel geschlafen die letzten Wochen also fragt mein Mann der hat auch nicht viel von mir gehabt ich habe viel geschlafen ich habe kaum gepaintet ich muss sagen ich habe viele Projekte offen aber ich habe vielleicht die letzten Wochen insgesamt vielleicht gerade mal eineinhalb Stunden gepaintet für Videos gerade mal boah ich muss sagen das Schiffchen ist immer richtig genial guckt mal also absolut toll ich nehme ja eigentlich immer große Schiffchen gerne aber das Kleide liegt so gut in der Hand muss ich mal sagen Wahnsinn also ihr seht also die legen sich echt gut in die Rillen also ich habe da echt nichts zu meckern ne super super gut gefällt mir richtig gut also sehr gut aber ich habe hier wirklich die Haare die sind so dünn dass die sich immer wieder so komisch legen Moment Au Knoten Aua jetzt habe ich mir ein Haar gezogen immer flüssig immer flüssig der Dino da ist er ja ich kann endlich auspacken Pange wir haben hier Post von der Dino und keine Sorge man sieht nur meine Packstation als Adresse also da ist jetzt nichts Privates wir gucken mal rein was der Dino hier verzapft hat gut dann gucken wir mal rein ich bin gespannt ich bin so gespannt ich sehe mein Mann spielt grad das Lied von Stranger Things ich raste aus so was haben wir hier was haben wir hier da ist äh ooooh Moment was haben wir hier oh Schatz erst mal Mandalorian was ist was war das das Buch ne ja oh wie niedlich Moment ein Mini Buch ein Mini Buch mit Baby Yoda oh ist das geil mit äh Sprüchen mit Lebensmotto ist das süß der 40. Geburtstag ist was besonderes da darf es auch was besonderes in Geschenken sein na ha Schützi ich hab'n Bonbonautomaten ich zeig' euch das Buch gleich was ist hab ich gesagt als ich dir das Paket rausgezogen hab das wär der Knaller wenn jemand dir das Ding noch holt wo du die Jelly Bellies reinpacken kannst der Hammer ich feier dich Dino ehrlich Dino das ist der Knall das war wie Telepathie das ist der Knaller ist das ich muss das Ding direkt mal auspacken jetzt pass auf äh jetzt kannst du da aber dann die Jelly Bellies auch reinpacken ne das ist der Hammer was hab ich doch gesagt wär geil wenn das noch jemand für dich holen würde oder wir werden das ganze jetzt mal testen ich muss da testen ich hab mir sowas schon als als Kind gewünscht so wie krieg ich den Krams jetzt wieder zu hier den Schneiderradatz Moment ah so das ist ja echt geil oder wer hat sich sowas als Kind nicht gewünscht also ich 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 wollte immer haben und diese gebrannten Erdnüsse zum Beispiel werde ich da auch bald reinpacken so äh hab ich noch irgendwen verpasst hab ich irgendwen nicht gegrüßt dann sei gegrüßt egal wer da ist so pack mal eben hier wir testen das jetzt unten geht's ja unten ging's auf gerade wir packen da jetzt mal ein paar äh Kaugummis rein ich bin heute zu blöd um die Sachen zu öffnen ne und das war ja noch nicht alles da ist ja auch noch was irgendwas äh hab ich hier noch oh das das weckt Erinnerungen als 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 also Wahnsinn so mach mal hier oben zu was Rosa hast du der Yvonne jetzt ein Sub geschenkt du bist ja süß vielen lieben Dank Rosa oh mein Mann hat den Soundtrack von Stranger Things an wuuu ich guck mir die Staffel nachher nochmal an haha so also wir haben hier den Bonbonautomaten und dann wuuu der kommt was raus ist das cool das ist mal richtig cool mein Prime Abo bringt dir ja nichts doch der Prime Abo bringt was man bekommt ja von allem etwas zwar nicht viel aber man bekommt so dann das war ja nicht alles das war jetzt das ne dann haben wir ja hier noch dieses Buch Moment ich guck das nochmal an das Buch das interessiert mich jetzt Moment ein ganz ganz kleines Buch Tiny Book of Grogu ist das nicht süß ich bin ja ein totaler Fett und dann gucken wir mal was hier drin was ist das eine kleine Box ich weiß nicht was drin ist hast du Boba Fett geschaut ja Boba Fett ist ja in den in den Folgen ist es auch leicht gespoilert weil wir jetzt genau wissen dass Grogu beim Mandalorianer wieder ankommt das ist so schön so was haben wir denn hier eine Box ich weiß nicht was das für eine Box sein soll aber sie sieht gut aus ohne mich zu schneiden wir haben uns nämlich grad schon mal geschnitten ich bin tatsächlich was was Serien und Filme angeht ein bisschen hinterher außer die Marvel Filme dachte was Süßes ist immer gut für eine Naschkatze wie die ich ja also ihr wisst ja inzwischen ich bin ja wirklich immer vorbereitet bei meinen Streams habe ich immer Süßigkeiten geschnitten also wir sind da ooooooooh Süßigkeiten was ist das denn explosiv sauer könnten wir gleich mal testen hole ich mir raus kennt ihr die noch kennt ihr die noch also wir haben hier eine Süßigkeiten Box mit den 90er Süßigkeiten wenn ich das jetzt richtig sehe guckt mal diese Lutschi Dinger boah die habe ich immer so gerne genommen ne im Kindergarten schon Moon Knight ist auch klasse ja Moon Knight ist auch geil wirklich äh das Saure esse ich wenn also gegen 1000 Bits esse ich gerne eins von den sauren Kaugummis ich habe die noch nie gegessen aber das mache ich nur gegen 1000 Bits vorher nicht tut mir leid aber die sind sauer ne also da äh dann haben wir hier was ist das so Strawberry Flavor ist das Kaugummi ja das ist Kaugummi dann haben wir hier lecker richtig geil kennt ihr die Dip und Schleck dann haben wir hier Brause oh guck mal ich werde verrückt Magic Gum knister knister Wahnsinn toll danke Dino da freue ich mich echt oh das sind Leckereien hier das habe ich alles wirklich als Kind vom Kiosk gegessen auch diese Kaugummis diese typischen rosanen Kaugummis wo dann zwischendurch auch mal aufkleber von Beverly Hills drin waren die Kaugummis ich werde nicht mehr wuuu meins meins super sauer explosiv sauer ach du schweiße ich lass die gerne draußen ich denke sowieso nicht dass ich heute einen davon essen muss ahaha oh Dino ha 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 du bist echt gemein weißt du das ja ist ja gut wie sehen die denn aus die sehen aus wie Kaffeebohr boah die riechen aber irgendwie komisch also die sehen so aus guck mal boah die riechen nach Pups die riechen ganz komisch okay ich werde mal hier so ein so ein doppeltes Kaugummi weil die so klein sind komm gegen 1000 Bits kann man auch so ein doppeltes Ding essen äh danke für die Box und äh ich werde mir das jetzt mal ich werde mir das jetzt reinziehen komm für 1000 Bits da äh mh mh da war mir der Center Shock vorhin lieber wisst ihr das mh mh boah dann kriege ich hier Schmerzen mh ich muss was trinke er ist wirklich sauer okay was hast du denn da jetzt gegessen um so ein tolles Gesicht zu machen super sauer die riechen eklig aber die schmecken ganz gut die riechen nach Chemie die schmecken gut nach deinem Gesicht zu verteilen im Nachgeschmack schmeckt es richtig lecker aha aber am Anfang richtig sauer wie Center Shock nur in kleinen ich hab's überlebt da kriegt man gleich Zahnschmerzen bei dem Gesicht lass den Kakao machen ne äh dieser dieser süße Saft hier reicht der reicht schon also ich muss sagen oh da zieht sie jetzt noch alle zusammen also der erste Geschmack ist schon ist schon sehr deftig also gut sauer aber im Nachhinein schmeckt es echt lecker also wenn es abgeklungen ist komm bei 1000 Bits esse ich noch einen kleinen hinterher Moment du hast ja 1000 Bits gespendet ist ja auch nicht wenig komm der kommt langsam aber dann gewaltig ich pack das mal zur Seite boah ja ja das ist wie bei mir wenn ich mit dem Rollator unterwegs bin ich komme langsam aber dann gewaltig komm mir die Tränen so wir painten machen wir noch eine Runde vielen lieben Dank Dino für die Süßigkeitenbox ist wirklich richtig toll richtig toll boah Alter Dino danke für die 150 Bits Dino du musst nicht so viel Geld für mich ausgeben Dankeschön Doro nein nein warum tust du das okay für die Doro einmal die sauren Kaumumis so suchen wir mal ein schönes raus weil das soll ja nicht nur so ein kleiner Mini sein nehmen wir wieder so ein Doppelding nehmen wir wieder so ein Doppelknöllücken kommt immer langsam und dann gewaltig ich bin ja immer gespannt wieder ja ja aber die stinken die Dinger die stinken die stinken so richtig nach Fuh das wollte ich nicht Doro pro 1000 Bits gibt's gibt's auch Karugubis boah du kannst dich kontrollieren ne Dino oh nein jetzt geht's aber los komm mach ich was mit sauren er zieht er zieht hier ah aber wenn das saure vorbei ist schmeckt's wirklich sehr sehr lecker wirklich ich hab's gerade okay du kriegst den Santa Sock so Santa Sock für den Dino ei 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 ich liebe euch ich liebe euch aber manchmal seid ihr ganz schön fies find ich auch wie die Anni weiß doch langsam dass ich immer dann mit sowas komme wenn sie damit nicht rechnet vorhin auch Zitat ich rechne nicht damit dass ich heute einen davon essen muss und zack also ich sag mal so war das Silvester letztes Jahr Silvester hatte ich ja die Ekelbohnen ne boah das war die Hölle kauf mir meine Flasche bei Edeka also Blutorange Granatapfel ich kann's empfehlen super lecker bei Lidl boah mh oh das ballert mhm Hallöchen oh boah dankeschön für das Happy Birthday boah den Santa Sock kannst du mir gerne schicken Dino aber die kann ich mir auch selber kaufen die brauchst du mir nicht schicken alles gut boah die sind aber sauer der Kaugubi hinterher geht mhm 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 mein Mann steht grad in der Tür hat das Happy Birthday Krönchen auf hat ne Dose in der Hand und tanzt für mich und im Hintergrund läuft und im Hintergrund läuft Fieber ja rrrr mhm 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 später machen wir weiter wie später die müssen ja nicht alles mitkriegen hör mal aus ne ich mach jetzt nicht aus nur weil du gerade fuchsig bist mhm mhm muss ich noch üben sind zu viele Steine drin ja genau mach mal Türö hören alle juhu mein kleiner Benjamin Blümchen mit dem Rüssel ja so geht's eigentlich ne also ist äh man muss noch üben man darf nicht zu viele Steine da rein machen ist halt ein kleines Schiffchen ne also ist ja aber es funktioniert es funktioniert ganz gut wenn man es kann so es geht es geht ich muss nur weniger Steine da rein machen Benjamin du lieber Elefant kannst sprechen und bist überall bekannt törö Benjamin Benjamin Blümchen deine Welt ist schön Benjamin Blümchen wir wollen mit dir gehen Benjamin Blümchen wir sagen Hallo wir sind deine Freunde wir lieben dich so Bibi Blocksberg die kleine Hexe komm und zeig mir was du kannst wir mögen deine Streiche wie du hext wie du lachst wie du tanzt ja 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 habe ich früher immer gehört höre ich sogar heute noch ab und zu Bibi Blocksberg wenn ich im Krankenhaus liege höre ich Bibi Blocksberg auf dem Handy reich wir haben Öl wir haben Öl wir sind reich wir sind reich also sieht sehr geschmolzen aus aber ich probiere den jetzt mal sieht komisch aus ne oh ja oh ja oh ja oh ja der ist sauer der ist sauer der ist sauer der tut ja schon weh der ist sauer der ist sauer wie ein Zyklopauge ja schon und ich versuche immer mein Gesichtszüge vernünftig zu halten ja funktioniert nur nicht bei sowas hm so muss es dann aufbauen hat damit nichts mehr zu tun haha so das Kaugummi spucke ich aus das mag ich nicht so aber das saure war schon oh ja 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 aber sehr sehr geile Idee mit der Box also ich hab von euch wirklich ich wohne von euch richtig verwöhnt ne am Geburtstag ja mit den Süßigkeiten das ist geil absolut geil packt ihn mal weg haben wir hier noch irgendwie was was ist das hier original physis wie boah Dino siehste ich muss schon aufstoßen ist aber nicht schön Dino was hättens denn gerne was hättens denn gerne bitte hier ist nix mit wegpacken also riechen tut es schon mal extrem das ist blau das heißt meine Zunge wird gleich von grün auf blau färben scheiße ich werd zum schlumpf oh der ist schlimmer oh die sind schlimmer 10 von 10 scheiße was habe ich mir angetan 10 von 10 10 von 10 der Vampir beicht mhm mhm boah der ist deftig ich wollte sowas ja nie machen ne mit so sauren krams wenn du so auf sauren kram stehst da gibt es bestimmt irgendwo im asiatischen lande so richtig schöne perverse sauren Dinger sollen wir uns mal bestellen so ne box mit dem sauersten sagt man einfach Süßigkeiten die es je gibt da gibt ja auch so Chili Dinger Chilisauce mit ich weiß nicht wieviel Millionen Scoville da tu ich mir nicht an Dino die Vampire sind 10 von 10 die heißen nicht umsonst Vampire die beißen weissen die so richtig boah das ist nimm doch mal einen komm damit du weißt dass ich nicht flunker weil sonst könnte ich ja ne so mein Mann nimmt jetzt auch einen um zu beweisen dass ich hier nicht vortäusche nimm die klebt schon der will nicht nimm nimm boah wenn ihr jetzt noch das Leder anzieht nimm ihn in den Mund also wirklich nimm jetzt in den Mund ach du sollst in den Mund nein so ja boah lass ihn in den Mund drin ja die Wirkung tut sich erst mal ein paar Sekunden mhm hör' jetzt auf in deinen Fingern zu nuckeln er ist alles zu blau er verzieht das Gesicht naja ich hab bei Sinico hervorgegessen er verzieht das Gesicht zeig doch mal dein Gesicht Ja, jetzt ist es vorbei. Das war's. Schatz, also bitte. Es gibt bestimmt noch saurere Dinger. Aber. Jetzt stell das nicht als mild da. Die denken sonst, ich flunker hier ein. Machen wir nur 10. Nein, der ist schon. Ich muss gleich etwas trinken. Aber guck mal, wie die Kacke hier abfärbt. Hä? Dann habe ich auch noch eine blaue Zunge, oder was? Ich bin Schlupf. Also wirklich, die Vampire sind stärker als die Zombies. Das ist schon... Ich liebe mal den Paula-Ding. Jetzt bin ich schon dabei. Gib mal das schwarze Teere. Ist dir direkt so ein Dreier? Nein, einer. Jetzt hab ich das überlebt. Jetzt kommt Süße. Boah, jetzt kommt da jetzt. Das muss ich nicht schmeißen. Das ist Zucker, ne? Ja. Wenn die Saure durch ist, das Kaugummi darunter schmeckt nicht. Sorry, muss ich als Diabetiker leider, leider weg. Jetzt esst das... Jetzt nimmt er diese hier. Und sterblich ist ja auch besser als Untot. Stimmt. Stimmt. Und die Vampire beißen. Ist er Kaugummi? Ist Kaugummi. Geht. Boah, Alter. Was verträgst du an sauren Zeugs? Na ja, weiß ich mal, weiß ich nicht. Gibt man eine Menge mehr. Nein, ich will dich auch noch essen. Ja. Nein, ich geb dir nicht noch mehr. Da gibt's noch ein Zombie dabei. Ich zieh das jetzt durch. Nein, da musst du dich aber auch zeigen. Das ist sonst scheiße. Sieht ja keiner. Ist doch gut so. Ist doch gut. Der haut sich jetzt alles gleichzeitig rein. Und keiner sieht's. Das ist doch ungefähr. Ja, aber ich bin ja auch was anderes bewusst, ne? Nun, zeigen, zeigen. Nein, nein. Die Gesichtskimis bereitigt für mich. Ja, aber du solltest ja eigentlich damit beweisen. Soll zwar. Ja. Der Zombie ist ja, sagst du. Finde ich sehr weich. Sehr sauer. Zeig dir mal dein Gesicht, Kurt. Der sieht grad so aus. Der war ja kaum wieder gekaut. Ja, sag ich doch. Dann weißt du jetzt, was ich hier durchmache. Ich fand den blauen nur nicht so schlimm. Den blauen fand ich schlimmer als ein Zombie. Wir machen das, wenn ihr in Hamburg, mal seid, erneuert. Erneut und dann nehm ich das oft. Ja, aber dann machen wir alle, ne? Dann machen wir alle. Ja, gleichzeitig und dann filmen wir dann. Und wer zuletzt ne Mimik verzieht, muss man uns noch was einfallen lassen. Aber, jetzt hat mein Mann endlich mal gesehen, wie das ist, was ich jetzt gerade hier nehme. Ich meine, das ist nicht so schlimm, als würde ich jetzt die verrottete Milch mit den Jelly Beans nehmen, weil das war wirklich Hölle. Ja, irgendetwas hat ich da auch gegessen. Das war einfach. Die verrottete Milch war absolut Hölle. Ich hab danach, mir ging's danach die ganze Zeit schlecht. Die Jelly Beans, die üblen, sind wirklich, also da, für kein Geld der Welt mach ich das nochmal. Okay, jetzt wird's ja extrem süß. Jetzt wird's extrem süß, ja. Den Kaugummi kannst du ausspringen. Aber, ich muss sagen, die sind super und die Vampires, boah. Ich finde, ich finde die Zombies, Alter, die haben so ein... Zombies findest du schlimm? Mhm. Die, die finde ich total mild, die du da in der Hand hast da. Die waren nicht mild. Ich finde die mild. Bei mir sind die... Die waren auch okay? Aber dann merkt man... Die waren auch okay? Die kann man eigentlich so... Dann, dann merkt man, dass jeder so einen eigenen Geschmackssinn hat. Mhm. Bei dir ist das eine Stärke, was bei mir nicht so stark ist. Ist schon komisch. Und meine Box, guck mal, wie geil. Aber wieder nach oben. Guck mal. Da habe ich ja gesagt, hier dieses Space Games. Meine. Oh, die habe ich früher geliebt. Und die sind die. Ja, die auch. Guck mal, die Ketten. Da war ich als Kind immer so hinterher. Das sind die Kaugummis eingerollt. Ah ja, die gab es mal in die die Tastik-Packung. Und diese hier, da waren oft mal so Aufkleber, Sticker oder Tattoos drin, die man sich aufgerubelt hat. Lass uns doch mal hier so eine Thai-Box bestellen. Da gibt es so so Asier-Dinger, ja, so Blueberry und so was. Ich packe das mal weg. Lass uns das doch mal bestellen. Ich werde demnächst eine Snackbox bestellen. Aber wenn du da mitkostest, dann musst du auch mit dabei sein. Ich meine, man sieht in meinen Videos auf YouTube normalerweise nicht mein Gesicht. Aber ich werde das auch wieder einführen. Gut. Ja. Wenn du nicht gesehen werden willst, kann ich dich verpixeln. Ich kaufe mal so einen großen Teddy-Winch. Den setze ich dann davor und dann bediene ich da so die Arme. Alter Schwede, der Dino hat heute schon 4.150 Bits reingehauen. Nur damit ich hier den sauren kriege. Wir haben noch keine Pogostange. Doch, wir haben eine Pogostange. Wir haben jetzt eine neue Pogostange auf dem Balkon. Die Abfluss... Guck dir mal da drin den Yoda an. Den ich von der Wheelie gekriegt habe. Das liegt am Basilikum vorher. Ja, denke ich auch. Oh, ich muss schon Bäuerchen machen. Nein, Dino! Das Basilikum-Zeug, was ich da gekauft habe für Salat, ist sehr säuerlich. Dino! Wenn ich jetzt machen würde für jede 1.000 Bits 10 Minuten Verlängerung, ne? Was meinst du, was dann los wäre? Ich denke mal, das ist schuld. Kennt ihr das von Lidl? Wenn der Salat macht und ihr holt euch so ein Balsamico-Zeug. Balsamico? Ja, probier mal. Pack dir mal einen Tropfen auf den... Ich esse... Nee, ich mag das Zeug nicht. Dann merkst du, das hat... Hast du jetzt schon den Dino da geguckt oder bist du direkt in die Küche gerast? Nee, ich hab das schon auf dem Stream gesehen. So, Dino! Was soll ich nehmen? Am besten noch einen Zombie und einen blauen. Nee, dann müsste ich 2.000 kriegen. Für zwei Stück... Nein, nein, nein. Lass mal stecken. Lass mal stecken. Ich nehm nur einen. Zombie! Obwohl, nee, du fandst den blauen schon schlimmer, ne? Ich bin gar nicht gemein. Dino, das ist böseartig, aber geil. Ach, er meinst du nur gut. Er will halt Unterhaltung. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich müsste die Bomben es ja nicht essen. Ich müsste es ja nicht anbieten. Aber ich nehm's, weil Unterhaltung ist lustig. Süß, ne? Ja. Und der Regenbogen, ey. Ich hab... Ja, ich hab alles mitverfolgt. Ich hab mich noch zusammengerissen. Ich dachte, wegen der Lampe heul ich nicht. Das ist auch wirklich schön flauschig. Ja, schön, ne, der Engel? Ja. Schau, was hat Lili sich dir nicht kratzt. Äh, den blauen, bitte. Der blaue war der Vampir, ne? Ähm, ne, der blaue war doch da. Blau war Vampir. Achso, Vampir. Habe ich auch noch ein Bauch, Junge? Ja, ja. Alter, das ist ja Pferde mit mir. Du kannst ein Auto mit einfärben. Ey. Ich mach ein bisschen immer. Billiger, da? Weißt du nicht, früher diese, diese, äh, Lollis? Oh ja, äh, die, 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 die... Wie? Die Chupa Chups. Ja, wie hießen die Chupa Chups mit den, mit den... Die Zungen... Die Farbe, ja, die Zungen... Zungenfarbe. Zungenmaler. Oh, jetzt kann ich den Vampir essen. Zungenmaler einfach. Chupa Chups. Dem Vampire. Okay, dann machen wir noch ein paar Minütchen. Komm, ist grad so lustig jetzt. Das kannst du noch ein bisschen bei mir bleiben. Ist lustig. So, dann, äh, Prost, ne? Boah, ich hasse euch. Aber ich liebe euch gleichzeitig. Ich hasse euch und hab euch lieb. Die Fingermagen. Da kannst du ruhlenken, wie ihr willst. Das geht nicht. Ich bin aber schon da. Aber, ne? Das werden... Nee, will weh? Ich hab noch ein Blut auf der... Nein, ach, nein, nicht, nein. Das ist auch mal die Quälerei, ist das. Ja, ach, komm. Gibt es so ein rotes Gesicht? Das zieht. Wollen wir das mal abschneiden? Nee. Oh, Dino! Dino, nein! Was denn? Ich soll jetzt zwei auf einmal nehmen. Juhu! Für 200 Bit. Juhu! Ja, guck. Ja. Sind schon? Bino. Äh, Bino. Dino. Siehst du? Ich trinke... Ich trinke mir erst mal ein Säckchen, damit sich meine Geschmacksknursten wieder beruhigen. Und dann werde ich zwei auf einmal essen. Für 2000 Bits. Komm. Ist okay. Mach ich. Wenn du schon dein Geld dafür raushaust, dass ich hier krepiere. Oh, puh. Schoko Koalas. Oh, ja. Oh, ja. Mh. Mh. Du bist ja der Hahn... Also, das ist ja... Ist ja nicht mehr normal. Magst du was Neutrales? Ich hätte da eben so einen Zucker getrunken. Hoffen, du willst mir das nicht übeln? Nein, Quatsch. Ist doch lustig. Mein Gott. Das bringt mich ja nicht um. Es sind keine Ekelbohnen. Also, von daher ist alles gut. Ähm. Nee, Spreit möchte ich nicht. Aber. Ich werde es überleben. Es wird nur sehr, sehr blöd aussehen. Jetzt habe ich gerade echt Bock auf so eine Mischtüte. Ja. Einmal Bombo ist gemischt. Für zwei Mark, bitte. Moment. Wenn wir gerade bei den Mischdingern sind. Wer kennt noch Waffelbruch in diesen kleinen gequetschten Tüten? So richtig alles zusammengequetscht. Man sieht nur ganz knapp deine Hände. Guck doch. Kannst ruhig noch ein bisschen näher kommen. Ganz, ganz, ganz klein. Kannst ruhig noch ein bisschen näher kommen. Das war ich für den Mark. Kannst ruhig noch ein bisschen näher kommen. Kannst ruhig noch ein bisschen näher. Aber wir haben noch was da. Guck mal diese Pellen. Gib mal her. Die sind ja nicht sauer. Ist aber die 90er. Stimmt. Die 90er. 90er Puffreis. Kennt ihr? Obwohl, früher waren die nicht aus Mais, sondern aus irgendwas anderem. Die sind so lecker. So lecker. Wenn ich jetzt wohl nachdenke. Oh, Bäuerchen. Dieser Waffelbruch da in diese Quetschtüte für eine Maß, ey. Fand ich auch immer ganz geil. Guck mal, wie viele hier mitfiebern und an die 90er denken. Finde ich total geil. Ja. Beste Zeit, ehrlich. Ich habe die beste Community. Das macht echt Spaß mit euch. Auch ohne die ganzen sauren Bonbons. Macht es Spaß. Dann esse ich heute noch. Ich liebe... Esspapier. Esspapier ist lecker. Das gibt es ja heute noch. Ja, Schatz. Die Bäuerchen wirst du gleich noch öfter hören. Ja, komm, wir machen noch eine halbe Stunde. Mit Föhn, Hanna. Mit Föhn. Guck mal, da kriegt ihr schon euren Zeitpunkt. Ihr habt gesagt, so ein Viertel vor elf. Guck mal, wir haben zehn Uhr. Ich mache jetzt noch eine halbe Stunde mit drauf. Komm, weil der Dino so extrem hier spendiert hat. Bleibe ich noch eine halbe Stunde drauf. Jetzt weißt du, warum das eine nicht so sehr ist. Ja, Godzilla kommt. Ja, scheiße. Gut, dass nur ich Clips machen kann. Oder schneide ich morgen alles mit rein, die sauren Zeiten hier. Komm, Nummer eins und zwei gleichzeitig hast du gesagt. Genau, nimm die Bälle in den Mund. Hast du nicht gesagt. Habe ich nur gedacht. Ich muss mal eben den Titel ändern in Ü18. Oh, scheiße. Jetzt hat er was gesagt, jetzt muss ich Ü18. Hast du nicht gesagt. Habe ich gesagt. Hast du nicht. Habe ich gesagt. Komm, ich kann auch jetzt mein Krönchen tragen. Wenn schon sauer, dann lustig. Nee, gucke mal. Hier so. Happy Birthday. Ich halte schon mal das Getränk parat. Scheiße, hab ich Schiss. Scheiße. 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 Ballring. Ballring. Ah. Willkommen bei Foodporn. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Es kommt. Es kommt. Mit diesen Andeutungen. Das zieht aber. Geil. Guck mal, wie alle blau in meinem Mund wird. Nicht nur jetzt. Auch die Lippen. Soll ich nur einen Arzt rufen? Scheiße. Warum ist denn da alle zu blau? Hier, ich kriege keine Luft mehr. Alle zu sauer. Komm, komm, komm. Geht doch. Ach, guck mal. Geht noch was. Ich glaube, nicht zu lutschen. Da geht noch was. Guck mal, wir holen demnächst so ein saures Pulver. Ihr seht mich. Löffel voll und dann ab in den Mund damit. Mit mir kommen die Tränen. Komm, wir holen jetzt mal eine Pulverform. Und dann immer so ein Löffelweiser. Boah. Boah. Und damit wir das nachweisen können, holt einer deiner Zuschauer dieses Pulver dann auch. Da wurden Schlümpfe geschreddert. Ja, die hat das ganze Dorf geschreddert. Ach, herrlich. Das sieht aus, wenn ich spreche. Auch das war in den 90ern. Schön die Lippen blauen mal. Nur war ich in den 90ern ein bisschen jünger. Da war ich 15. Ja, meint. Massenzüpfchen hier. Massenzüpfchen auf der anderen Seite. Oh, das ist Zwiebel drin. Brille drauf und fähre die raus. Jetzt entspannen sich die Nerven wieder. Ist das schön. Hat aber jetzt langgezogen. Zwei Stück gleichzeitig schon Möhre. Das zieht sich automatisch immer zusammen. Ja, oder Sommer läuft dann. Fährt nur noch die Mütze. Ja, also ich würde sagen, Freude schon mal auf den Zusammenschnitt morgen. Ich packe da noch was dabei. Die Geschenke, die ich von meinem Mann habe, habe ich vorher abgefilmt. Die Reaktionen sind königlich. Ihr werdet so lachen. Und ich wünsche euch einen tollen Abend noch. Ich werde es mir jetzt auf der Couch gleich gemütlich machen, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Ja. Ich sage dann mal, Küsschen aufs Nüschen, schön mit Öl, knuddeli-buddeli. Ja. Fini, auch dir einen tollen Abend noch. Ja. War nichts davon zu merken, dass du länger nicht da warst. Ich habe schon. Ich für mich, weiß ich nicht, so dieses innere Gefühl von wegen, boah, was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was spreche ich jetzt? Das ist so ätzend gewesen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass so viele hier waren. Das tat mir richtig gut. Habe ich echt ewig nicht mehr erlebt. Ja. Ich bin wieder da, wollte ich nur sagen. Ha! Mich werdet ihr alle nicht so schnell los. Gut. Wir beenden das Ganze jetzt. Und danke für alles. Wir sehen uns morgen bei einem Video auf YouTube.